ein wundervollen guten tag ihr lieben und herzlich willkommen zu diesem kleinen tutorial viele von euch haben mich gefragt alex jetzt ist es endlich soweit die flair token sind da wie kann ich mir die jetzt claimen ich habe gesehen ich habe anspruch aber irgendwie kann ich sie nicht bewegen kannst du mir dabei helfen und ich will mit euch gemeinsam heute ein ganz kurzes video machen wie ich es gemacht habe und hoffe euch damit helfen zu können zunächst wurde aus dem airdrop erster mein er flop bislang ist extrem in die knie gegangen mittlerweile nur noch auf 4 cent hoffen wir darauf dass es nur der unwissentliche abverkauf ist von den leuten die einfach nicht wissen was noch auf sie zukommt und hoffen wir dass flair sich schneller holen kann ja bislang sehr ernüchternd wir haben so lange gewartet und jetzt ist es eigentlich nur noch ein apple und ein ei wert auf der anderen seite habe ich schon gelesen dadurch wird die entscheidung leichter gemacht wie man sich jetzt behalten soll verkaufen lohnt wohl kaum zumindest meiner wahrnehmung nach und von daher denke ich mal ist es vielleicht interessant jetzt zu beobachten wie sich dieses projekt entwickelt so jetzt kommen wir aber mal zur sache was braucht ihr zunächst einmal ich mache es heute so wie ich es euch auch damals vor einigen jahren mittlerweile gezeigt habe und zwar mit dem xrp toolkit so haben wir ja auch damals unsere token quasi qualifiziert und genau jetzt machen wir das eben genau darüber also ihr braucht als erstes einmal den chrome browser zumindest ich nutze den um damit das toolkit zu bedienen und wenn ihr auf xrp toolkit.com seid verbindet ihr euch einfach bei euch steht hier connect wallet das macht ihr steckt euren ledger an und auf dem ledger installiert sein muss die xrp app und die ethereum app warum werden wir gleich drauf kommen jetzt zeige ich euch mal wie das bei mir ausschaut hier links oder auch oben habt ihr die aktuelle adresse ihr seht mir nach dass ich hier so ziemlich alles zensiert habe aber es geht ja vor allem darum dass ihr ungefähr wisst wie ihr navigieren könnt also oben rechts findet ihr eure adresse die müsst ihr einmal kopieren und dann schauen wir erst mal auf der seite xrpscan.com ob ihr überhaupt anspruch auf flair token habt das heißt ihr fügt jetzt hier oben in die suchzeile bei xrpscan eure xrp adresse die ihr vorher kopiert habt und danach seht ihr hier unten ein reiter bei erst jetzt der nennt sich flair und bei flair müsste jetzt bei euch stehen flr claim und eine zahl und diese zahl ist denn insgesamt die anzahl die ihr claim bekommt über den langen zeitraum von zwei bis drei jahren jetzt zu beginn gab es 15 prozent und demnach wird eben 15 prozent dieser summe der betrag sein den ihr gleich claim könnt so jetzt habt ihr also gesehen dass sie qualifiziert seid und somit habt ihr also damals schon mal alles richtig gemacht was brauchen wir jetzt jetzt brauchen wir eigentlich nur noch meter mask meter mask ist eine extension die könnt ihr euch installieren und wenn ihr euch meter mask öffnet dann könnt ihr bei meter mask verschiedene arten und weisen wie ihr das bedient unter anderem können wir jetzt erst einmal das flair netzwerk hinzufügen das machen wir indem wir auf netzwerk hinzufügen klicken ein netzwerk manuell hinzufügen und dann diese daten hier eins zu eins kopieren also flair zack dann die rpc zack ketten id ist 14 token zeichen ist flr das kann man sich sogar noch soeben merken und den letzten bereich könnte sogar freilassen da ich es jetzt bereits gemacht habe gibt es jetzt eben keine möglichkeit das nochmal anzulegen bei euch steht denn hier einfach speichern wenn ihr das gemacht habt habt ihr plötzlich hier die möglichkeit unter anderem flair auszuwählen so ihr geht also aufs flair netzwerk hat also dahin navigiert und bei euch müsste da alles null stehen ihr geht denn hier rechts auf das kleine icon und wählt hier unten hardware wallet verknüpfen und jetzt kommt euer ledger wieder ins spiel ihr steckt den ledger an und öffnet die ethereum app wenn ihr die ethereum app geöffnet habt verbindet ihr das ganze drückt auch noch mal auf dem ledger ok ethereum app ist offen weiter kleine sekunde warten und dann habt ihr hier schon alle möglichen adressen die oberste adresse müsste jetzt die sein bei denen eine zahl bei euch steht solltet ihr hier nichts finden obwohl ihr eigentlich qualifiziert seid geht noch mal auf ledger c vielleicht ist es auch dort zu finden und jetzt nicht zu früh freund ihr habt natürlich keine etha es wird euch zwar ein etha angezeigt es steht bei euch ein riesen betrag etha aber das sind natürlich die flare token ihr drückt dann da wo die zahl steht eben den haken rein entsperren und plötzlich habt ihr dann zugriff auf euer flair wallet ihr seht dann plötzlich euren betrag eure flair und könnt sie jetzt versenden wenn ihr sie versendet müsst ihr dann nur noch das versenden mit eurem ledger bestätigen und das war es eigentlich schon kurzversion xrp toolkit öffnen da den ledger mit verbinden dann auf dem ledger die xrp app und die ethereum app installiert haben gerne noch mal schauen bei xrpscan.com ob man überhaupt qualifiziert ist dazu einfach eure xrp adresse einmal hier oben einfügen und unter dem reiter flair schauen wie viele oder ob flair bei euch geclaimt oder claimbar sind dann mit diesen daten einfach ein neues netzwerk bei metamask öffnen und wenn ihr das gemacht habt mit dieser funktion euer hardware wallet verknüpfen die ethereum app offen haben am ledger und dann könnt ihr das wallet verbinden und versenden könnt ihr die flair token dann indem ihr eure ethereum wallet auf dem ledger offen lasst und dann eben die transaktion bestätigt so wie es auch von anderen erc 20 transaktionen kennt ich hoffe ihr habt ja dann mehrwert und ich hoffe das video hat euch gefallen noch mehr hoffe ich darauf dass der kurs sich schneller holt ich wünsche euch einen wundervollen tag ihr lieben bis zum nächsten mal bis bald bis bald